Das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist Schatzipup? Deinem hitzigen Gemüt wird es wahrscheinlich gut tun. Könnten wir das bitte wieder irgendwie rückgängig machen? Nicht so dein Plan? Gut, ich gebe dir drei Minuten. Maximal. Dann mache ich wieder zu, ja? Was macht denn die da drin? Ich weiß es nicht. Niemand würde ich auf so eine Idee kommen. Nein, die ist ein bisschen verrückt. Ja, aber jetzt macht sie es schon wieder. Mir fällt nicht wirklich was dazu ein. Gut, jetzt sind es noch zweieinhalb Minuten. Hol dich da gleich raus, wenn du nicht selber kommst. Okay? Bis gleich. So, hast du dich genug abgekühlt, ja? Danke, dass du selber wieder rausgekommen bist. Verrücktes Ding, du. Hm, du verrückt. Jawohl. 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 Jawohl.